Es gibt den Begriff des Not-Invented-Here-Syndroms. Das heißt, dass Leute sagen, das kommt nicht von hier, das wollen wir nicht. Wir haben unsere eigene Technologie, die ist sowieso besser. Wenn wir davon sprechen, Open Innovation, wenn ich Ideen von außerhalb bekomme, dann ist es unglaublich wichtig, dass die Ideen auch angenommen werden. Und es reicht nicht, dass ich zum Beispiel etwas einlizenziere oder auch externe Referenten habe, die Ideen rüberbringen, wenn nicht intern dann jemand sagt, interessant, das will ich verfolgen. Also wiederum jemand, der als Champion dann diese Idee vertritt, diese Innovation durchficht. Procter & Gamble ist berühmt dafür, die haben schon jahrelang ein Programm, Connect & Develop heißt das, für diesen Spruch Proudly Found Elsewhere. Also dass man sagt, wir sind stolz darauf, das woanders gefunden zu haben. Das hat übrigens schon Edison auch schon von sich gesagt. Das ist eigentlich genial, anstatt Zeit darauf zu verwenden, etwas selber umständlich zu entwickeln. Wenn ich es irgendwo anders finde und kann es integrieren in meine Innovationstätigkeit, dann ist das hervorragend. Und wenn das dann auch noch einen hohen Ruf genießt, also auch wieder in die Unternehmenskultur, Innovationskultur reinpasst, dann ist Open Innovation mit reinkommenden Ideen wirklich sehr gut möglich. Und das ist dann notwendig dafür. Was Gegenstand von viel Forschung ist und auch von viel Praxis in Unternehmen, ist, dass Unternehmen, wie glaube ich, Menschen allgemein dazu neigen, zu sehr intern zu schauen. Also zu sehr schauen, was wissen wir, was haben wir intern an Ressourcen, welche Ideen haben wir dort. Also man braucht eigentlich eine konstante Aufforderung, mehr davon zu machen, mehr nach außen zu schauen. Und was neu ist, ist dabei die Möglichkeit, die vor allem das Internet bietet. Also eine Suche nach Innovationen, nach Ideen oder auch die Verbreitung von eigenen Ideen nach außen ist viel einfacher geworden durch das Internet. Beispiel sind Unternehmen, so Intermediäre wie Innocentive, wo sie ungelöste wissenschaftliche Probleme öffentlich machen können, also auch anonym durchaus, dass man nicht weiß, wo sie herkommen. Und dann können verschiedene Löser ihre Lösungen einreichen und Preise bekommen. Oder so Community-basierte Ansätze. Zwei Münchner Unternehmen fallen mir ein, Hive und Innosabi, die das machen, die da so Communities aufbauen, wo Menschen wirklich aus Interesse an der Sache, aus intrinsischer Motivation mitmachen, dabei Probleme zu lösen für Unternehmen. Ganz wichtig dabei eine faire Behandlung der Leute, die da mitmachen. Insofern, das ist neu bei Open Innovation, das ist hochinteressant und sehr wichtig. Ein interessanter Punkt ist, dass viele Unternehmen bei Open Innovation denken, schön, ich bekomme Wissen umsonst. Das stimmt in gewissem Maße. Es gibt aber auch einen anderen Aspekt, nämlich dass Unternehmen vielleicht im Rahmen von Open Innovation auch Wissen verschenken. Das klingt jetzt provokant. Normalerweise würde man das nicht so, das klingt nach einem Nachteil. Aber Stichwort Open Source Software, da passiert das ja. Das heißt, dass Unternehmen, IBM oder auch im Prinzip heutzutage fast alle, Microsoft ebenfalls, in gewissem Maße Aktivitäten haben, wo Wissen gratis und mit relativ wenig Beschränkungen für den Nutzer freigegeben wird. Das ist was, was unglaubliche Möglichkeiten schafft für den Nutzer, vor allem wenn die Nutzer verteilt sind, dass ich gar nicht weiß, wem ich das jetzt verkaufen könnte, mit wem ich einen Vertrag schließen müsste. Wenn sie sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann fällt es mir auch schwer, wiederum mit einzelnen Verträgen zu schließen. Da ist es auch sehr interessant, wenn man Dinge wirklich offenlegt, ohne allzu viele Beschränkungen und auch umsonst offenlegt. Wirklich verschenkt. In vielen Fällen kommt dann sehr viel zurück. Und das lohnt sich, weil auch die sogenannten Transaktionskosten, also die Kosten davon, Partner zu finden, Verträge zu schreiben, Verträge durchzusetzen, viel geringer sind. Beispiel. Counter-Strike ist eines der erfolgreichsten, populärsten Computerspiele. Und Counter-Strike ist entstanden aus einem Spiel namens Half-Life. Das Unternehmen hat 1998 Half-Life auf den Markt gebracht und hat dabei einen Großteil des Codes öffentlich gemacht und erlaubt, ihn zu verändern. Man könnte es also glauben, das ist sehr gefährlich, weil Wettbewerber die Möglichkeit haben, etwas zu kopieren. Die Möglichkeit besteht im Grunde, wird aber oft überschätzt. Was passiert ist, ist, dass innerhalb von, glaube ich, acht Monaten eine Reihe von Nutzern dieses Spiel verändert hat. Und hat aus dem Half-Life, was ein Ein-Personen-Spiel ist, ein Spiel für viele Personen gemacht, was in Teams gegeneinander gespielt werden kann. Also ein riesiger Entwicklungsschritt, der zu einer unglaublichen Popularität dieses Spiels beigetragen hat. Gleichzeitig verdient das Unternehmen Valve Software Geld mit der Engine, also dieser Game Engine, die man unbedingt braucht, um diese Modifikation Counter-Strike zu spielen. Also diese Trennung in, was schütze ich, was halte ich proprietär und was lege ich offen, wo erlaube ich vielleicht, wer immer will, wo erlaube ich Veränderungen, das ist ein ganz wichtiges Ding. Und das involviert halt wirklich Wissen freizugeben oder in Anführungszeichen zu verschenken. Da ist manchmal die Rechtsabteilung etwas besorgt, aber das birgt interessante Potenziale. Es gibt den Begriff der Champions, also Leute, die wirklich sagen, das ist mein Ding, ich möchte, dass das zum Erfolg wird. Und wenn diese Haltung da ist, man kann das ein bisschen vermitteln, indem man, wir kamen eben schon auf das Thema Unternehmertum, wenn man Studierenden vermittelt in der Ausbildung, dass es nicht unbedingt das Großunternehmen sein muss mit seinen klaren Prozessen, sondern dass es auch, dass man arbeiten kann in kleinen Unternehmen, wo dann eher radikale Innovationen entstehen oder auch Stichwort Intrapreneurship unternehmerisch sein kann im Unternehmen. Und wenn dann das Controlling das auch, vielleicht nicht praktiziert, aber verstanden hat, dann besteht ein Verständnis dafür, dass Innovation mal eben nicht planbar ist. Man kann gute Rahmenbedingungen schaffen, aber man kann nicht hundertprozentig planen, wie in der Produktion, wie es läuft und was rauskommen soll. Das ist eine Sache, die Kultur. Zweite Sache, was auch mit Kultur zu tun hat, sind die Fächergrenzen. Es gibt in vielen Unternehmen immer noch so einen Graben zwischen den Ingenieuren und den Kaufleuten. Ich darf das sagen, ich habe Physik studiert, bin dann auf dem Umweg über die Volkswirtschaft und die Unternehmensberatung zur Betriebswirtschaft gekommen. Und Physiker und Betriebswirte denken voneinander nicht immer allzu gut, glaube ich. Im Unternehmen ist das unglaublich schädlich. Und da ist es wichtig, dass Ingenieure und auch Naturwissenschaftler im Studium zumindest ein bisschen mitbekommen, was passiert eigentlich in Unternehmen, denn am Ende werden die meisten von ihnen dort arbeiten. Und umgekehrt auch die Kaufleute ein Verständnis haben, was machen eigentlich die Ingenieure. Es gibt bei dem das Berufsbild des Wirtschaftsingenieurs und es gibt bei uns an der Technischen Universität München den Studiengang TUM-BWL für Technologie- und Managementorientierte BWL. Das heißt, die Studierenden dort studieren wirklich Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft, aber verbringen ungefähr ein Drittel ihrer Zeit mit entweder Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie oder Informatik, um sie anschlussfähig zu machen, um zu zeigen, so denken die Ingenieure und auch ein bisschen Methoden zu vermitteln, aber vor allem Anschlussfähigkeit herzustellen und auch zu zeigen, das sind auch Menschen. Und umgekehrt, genau so, um die Zusammenarbeit im Unternehmen und damit Innovationskultur zu begünstigen. Und umgekehrt, genau so, um die Zusammenarbeit im Unternehmen und die Zusammenarbeit im Unternehmen und die Zusammenarbeit im Unternehmen.